Herzlich willkommen bei unserem Weihnachtsvideo 2020. Mein Name ist Martin Niederhuber, Peter Sander, Katharina Häusler, Sabi Suchedeck, Florian Stangl und ich bin Weihnachtsman Paul. 2020 war ein tolles Jahr, weil es zumindest keine Zombie-Apokalypse gegeben hat, weil wir alle Abstand halten mussten. Und 2021 wird noch toller, weil dann 2020 endgültig vorbei ist. Das habe ich mir gemerkt. Das muss ich schauen. Weil wir hoffentlich endlich wieder gemeinsam feiern können. Weil es ohne Corona einfach besser werden muss. Ich liebe Weihnachten wegen Vanillekipferl, Weihnachtsbohle und... Weil Weihnachten ein netter Anlass ist, jetzt abgesehen von den religiösen Hintergründen, Zeit mit der Familie zu verbringen. Weil brave Kinder große und teure Geschenke bekommen. Und das kann nicht schlecht sein. Wir nehmen in unserer Kanzlei Weihnachten ernst, weil es bei uns ganz, ganz viele eingefleischte Weihnachten-Fans gibt. Weil ich sonst keine Geschenke vom Christkind bekomme. Weil brave Kinder große und teure Geschenke bekommen. Für mich gilt Christkind statt Weihnachtsmann, weil für mich seit 41 Jahren Christkind statt Weihnachtsmann gilt. Und weil ich es ehrlich gesprochen noch nie hinterfragt habe. Weil ich ein gelernter Österreicher bin. Wer ist eigentlich der Weihnachtsmann? Außerdem ist Christkind die schönere Vorstellung als der Weihnachtsmann, um ganz ehrlich zu sein. Zu Weihnachten wünsche ich allen, ja, auch heuer ein sehr schönes Fest. Auch wenn sicher vieles anders sein wird, als wir es gewohnt sind. Aber vielleicht findet man trotzdem einfach die Zeit, selbst zur Ruhe zu kommen. Mein Lieblingsweihnachtslied ist Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Hey! Mal was Nettes. Gell? Und zum Jahreswechsel wünschen wir uns die Weiterführung unseres Erfolgskurses. Alkohol, Alkohol und einen Trailer für 2021, um zu sehen, ob es besser wird. Und euch allen Ruhe und Frieden. Geil.